Es musste Baume geben, es musste auch, was weiß ich, Menschen geben und so weiter. Aber es gibt nicht, es ist nur Mauer. Ja, ich wundere, wunderbar. Sie ist nicht laut, sie ist sehr leise, also ich muss sagen, herrlich. Vieles leer stehen mittlerweile. Ich finde diese leer stehenden Ladenlokale sollte man jungen Künstlern zur Verfügung stellen. Also mich stört, wenn zu wenig Grünflächen sind. Lärm, Verschmutzung durch die Autos etc. So, du hast eine Lieblingsstraße in Wien. Ja Mann! Ja, Intriska-Straße! Prof! »Pratta, Pratta!« Räumenplatz!